Meine Herren, Ohren auf! Der Vizepräsident hat auf seiner Wahltour einen Stopp gemacht und von dort haben wir einen Notruf erhalten. Dann riss der Kontakt ab. Tut alles, was in eurer Macht steht, um den Vizepräsidenten zu schützen. Commander, wir müssen miteinander reden. Nicht jetzt! Wissen Sie denn, worauf sich Ihre Jungs da einlassen? Sieht aus wie in einer Geisterstadt. Verrücktest du dich im Dunkeln? Gesichert! Herr Vizepräsident, wir holen Sie hier raus. Sind alle unverletzt? Im Abstellraum ist noch ein schwer verletzter Bodyguard. Das ist ein biologischer Anschlag. Könnt ihr mal jemand helfen? Jeder, der bedrohlich aussieht, wird erschossen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich jeder angesteckt hat. Was wollen Sie tun, Sir? Um das restliche Amerika zu retten, werden wir Sie bombardieren. Oh mein Gott! An alle! Code Red! Bewegung! 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 Verseuchte! Runter! Kommt her! Na, Jungs, alle bereit? Das wird das Dümmste, was wir je getan haben. Wahnsinn, ihr seid echte Navy Seals! Gut erkannt. . Vor einem今年, wie du noch gesagt hast! Du bist und hast. Alle bereitsten. Onze rufe. Wenn dich also etwas helloos zunehmen, und es würde auf diesen Eindebene, ein paar Mal hin soרים уч